Wie lange war ich am Zelteingang, mit Tränen die Augen gefüllt? Mein Wunsch ist, komm zurück, Asghar. Wieso kommst du nicht zurück? Bei Allah, erlaubt mich zu kämpfen, sagt mir dein kindlicher Blick. Siegen werde ich, liebe Mutter. Doch Asghar, wieso kommst du nicht zurück? Dein Fall war sein Faden alt. Zur Mutter sagst du nicht zurück. Was hinter sich daran, Asghar? Wieso kommst du nicht zurück? Jene, die in Kervana fielen. Zu den Zelten trug der Schaf sie zurück. Schaf denkt, komm einsam wieder. Doch Asghar, wieso kommst du nicht zurück? Nach dir bescheiden sie es, Asghar. Der Seil ist Schaf's Keder durchschnitt. Die Zelte verbrannt. Der Hirsch hat gebraucht. Oh Asghar, wieso kommst du nicht zurück? Diese Prüfung, voller Tauer und Schmerz. Asghar, bei Allah, komm bitte zurück. So weint deine Mutter und geht ihr Kind. Wieso kommst du nicht zurück? Salam und Salam! Herzlichen Dank an Bruder Messir. Und jetzt bitten wir Bruder Abdullah Yis, um den Gebetruf auszusprechen. Salam ala muhammad wa ala muhammad.